Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Community-übergreifenden Aktion, beziehungsweise meinem Video, meinem Video-Beitrag zu dieser Community-übergreifenden Aktion, nämlich dem YouTube-Wichteln, wie das so geschimpft wird. Letztes Jahr ging das schon rum, da habe ich allerdings nicht daran teilgenommen, nämlich diverse Leute aus unserem YouTube-Kreis, die wir so miteinander und untereinander zu tun haben, haben sich gegenseitig beschenkt. Das hat der Killer Dani dieses Jahr auch wieder in die Hand genommen und zwar alle, die daran teilnehmen wollten, haben sich gemeldet. Der Killer Dani hat ausgelost, wer wem zu bewichteln, zu beschenken hat und dann wurde ein Budget festgelegt von 15 Euro oder so, ja, für das innerhalb dessen Rahmen man dem das Gegenüber, mein Gott, Sprachstörung, beschenkt werden soll. Und ich wurde gezogen vom Guten oder wurde ausgelost an den guten Bambi-Plattfuß und der hat mich jetzt beschenkt. Ich habe das Paket hier unten schon vor mir liegen, habe das auch schon mal aufgeschnippelt und reingeluschert. Wir haben hier auch einen zweiseitigen Brief, der relativ persönliche Worte enthält, wie ich das behaupte, deswegen lese ich ihn jetzt nicht komplett vor. Auf jeden Fall vielen Dank für den ausführlichen Brief an dieser Stelle an Bambi und wir schauen jetzt mal in das Paket rein, was er mir da schön ist alles reingepackt hat. Und den greifen wir mal als erstes hier oben rein und da fand ich schon mal sehr geil. Ich muss dazu geben, ich bin eher so der Kaffeetrinker, aber bei dieser Mischung wird es spannend, weil Früchtetee mag ich gerne und er hat mir etwas für seine Region, glaube ich, Spezielles oder Bekanntes, nämlich den Gummibärchen-Tee. Ich frage mich, ob das wirklich Gummibärchen sind, ob die irgendwie gehärtete Gummibärchen sind und ob die sich dann im Wasser auflösen oder, weil hier steht zehn Minuten und man soll zwei Löffel nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das Ganze dann im Wasser auflöst oder wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr coole Aktion, weil das ja quasi eine Spezialität ist aus seiner Region, weil es diese Gummibären-Firma, was heißt, wie heißt das, obwohl hier steht Inas Teakännchen, aber ich glaube, das gibt es speziell bei denen da unten in der Region oder bei ihm, weil die so eine Spezialfirma dafür haben, die es hier halt nicht gibt. Als nächstes passend dazu, genau, die Leuthenbacher Fruchtbärchen. Kommst du dann direkt aus Leuthenbach? Ich nehme hier ein kleines Döschen mit den besagten Lautenbacher, ein kleines Einbrechtglas mit den Gummibärchen, die auch anders aussehen als die normalen Gummibärchen, glaube ich. Die sind ja so richtig bärig. Das ist eine zu kleine Portion für dieses Video. Deswegen machen wir das mal wieder zu. Auf jeden Fall sehr coole Aktion. Und dann haben wir hier, das tut ihr nämlich gerade, quasi gerade, da guckst du in die Röhre. Eine Postkarte zum Mario Maker. Ich glaube, obwohl ich ehrlich gesagt auf den ersten Blick vermutet hätte, dass das Splatoon ist. Dieser komische Wurm. Ich habe den besitzenden Mario Maker ja selber noch nicht. Dieser Wurm sieht für mich aus wie diese Viecher, an die sie sich bei Splatoon verwandeln. Das finde ich ganz cool. Das ist natürlich so ein Merchandise. So ein Merchandise, den man sich dann irgendwo dekorativ an der Pinnwand oder sowas hängt, die ich noch nicht besitze. Vielen Dank dafür. Und passend dazu auch eine Sache, die man selten braucht, aber immer sammelt. Und ich bin auch einer davon, gerade weil ich nicht weiß, wie er an diesen Kram kommt. Aber ich habe sowas halt gar nicht. Ein Super Mario Maker Schlüsselband. Ich muss ja zugeben, dass ich jetzt gerade so wegen Autofahrten sehr wenig an Schlüsselband habe, aber die Dinger sammle ich halt. Die wird von der Gamescom und ich habe eins von Thunderdome und wenn es die von Spielen gibt sowieso. Deswegen, ich weiß nicht, wie du da rangekommen bist, aber vielen Dank dafür. Das kommt dann jetzt in meine noch recht kleine Sammlung von Schlüsselbändern. Dann haben wir, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es da rein gehört, doch es gehört da rein. Im ersten Moment denkt man, er hat beim Geschenke verpacken seinen Kugelschreiber drin vergessen, aber... Das ist ein Playstation 4 Kugelschreiber. Die Frage, ob man bei dem guten Stück die Mine austauschen kann, wenn man das mal muss. Oder ob man den lieber nicht benutzt und nur dekorativ als Merchandise behält. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, wie ihr immer an solchen Kram kommt. Wahrscheinlich besuche ich dafür zu wenig Events. Auf jeden Fall auch Dankeschön für den hier. Und jetzt kommen wir an die großen Sachen. Da haben wir einmal... Er hat es im Brief zusammengefasst. Er war nicht so wirklich glücklich über die Wahl, mich zu beschenken zu müssen, weil er mich nicht wirklich kennt. Und hat dann begonnen, mich zu stalken und festgestellt, dass ich mir gerne Dinge ins Regal stelle. Besonders zu einem Spiel, das mich jetzt seit sieben Jahren begleitet. Nämlich... World of Warcraft. Da haben wir nämlich diese schicken... Müsst ihr euch mal reinziehen, das sind so schicke... Das ist sowieso die beste Erweiterung schlechthin. Die Pappumkartons, die man natürlich nie bekommt, wenn man es sich nur digital kauft oder so. Beste Erweiterung by the way. Und was richtig geil ist... Nämlich zu dieser Erweiterung, die habe ich nur in der... In irgendeiner Sammelbox gekauft. Da war halt nur die stumpfe DVD-Hülle drin, die hier natürlich auch drin ist. Also sprich... Diese normale Hülle habe ich schon. Und ich kriege gerade fiesen Kopfschmerzenanfall. Und ich kriege die Hülle auch nicht wieder rein, deswegen lassen wir das jetzt mal los. Was ich aber nicht habe, ist... Okay... Cool. Diese Papphülle zu Burning Crusade, das ist ja die erste Erweiterung, die für WWE rausgekommen ist. Ich habe ja erst Ende, als sie quasi zu Ende war, fast angefangen, kurz vor Rest of the Lish King. Aber guckt euch mal die Box an. Das dunkle Portal. Da beweist Blizzard nicht nur, dass sie Cinematics können, sie können halt auch verpacken, weil... Heutzutage kaufst du ein Spiel, kriegst dann nur so eine Hülle drin. Übrigens ist die Hülle extrem schwer. Das ist halt... Okay, Moment. Wow. Was ist das denn? Das ist... Achso, ich habe kurz ein Herzschluss angekriegt, weil ich dachte, hier wäre der Soundtrack drin. Das ist aber Spiel CD 1. Ich glaube, das sind sogar... Und das ist noch Disketten... Äh, die CDs oder... Ein Gäste-Pass, den ich... Äh, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch hin... Das ist wahrscheinlich heutzutage hinfällig, weil man so hoch das Level 20 kostenlos spielen kann. Und... Achso, in dem Moment, das hatte ich eben schon in Hand. Und... Man soll es nicht für möglich halten, eine relativ ausführliche kleine Anleitung, die jetzt noch mit bei ist. Selbstverständlich besitze ich die Spiele alle schon, deswegen könnte ich wahrscheinlich jetzt noch die Seriennummer in die Kamera halten, was ich aber nicht tue, damit ihr dann nicht versucht, sie einzulösen. Und... Jetzt habe ich halt... Jetzt könnte ich WoW auch schon mal vorab installieren, wenn mein Hinterglater mal abkackt. Und könnte zumindestens offline spielen... Nee, geht ja gar nicht fast. Aber auf jeden Fall, vielen Dank dafür, weil ich nämlich zu Burning Crusade gar keine Verpackung habe. Da habe ich nur so eine... Wie hießen die denn damals? Battle Chest? Wo quasi... Ach, ich kenne doch nicht wieder zu hier. Eine Battle Chest habe, wo das mit drin war, aber nie diesen Umkarton habe, hatte, den ich gleich mit ins Regal einverleiben werde. Und zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, als drittes im Bunde, das gleiche nochmal mit Kataklysm. War auch noch ein sehr geiles Addon. Mit Mr. Fundaria liest das dann langsam nach. Auf jeden Fall solltet ihr euch mal das Intro-Seite, werde ich davon angucken, weil der gute Todesschwinge, das im Video, ist echt geil. Und auch hier... Oh! Auch hier wieder geiles Artwork, dass man... Moment... ...noch einmal aufklappen kann. Da bekomme ich fast wieder Bock, da mal rein zu gucken. Jetzt fehlt mir im Grunde nur noch diese Verpackung zu dem Original-WOW. Ob ich die nochmal irgendwann bekomme, ist fraglich. Auf jeden Fall, vielen Dank, lieber Bambi. Das war eine coole Idee. Ich hoffe nur, dass du wirklich so weit von dem Spiel weg bist, dass du diese Verpackung wirklich nicht mehr brauchst. Nicht, dass du dich aus schweren Herzens von irgendwas trennen musstest, was du eigentlich gern behalten hättest. Das wäre nämlich ein bisschen bitter. Und dann haben wir eine kleine Überraschung, die ich unbedingt mal über die Feiertage ausprobieren muss, die ich schon bei ihm im Video gesehen habe. Nämlich... Achso, das heißt ja nicht, wo ich sage, ein 8-Bit. Nein, Pixel Tactics. Da hat er mir, alten Videospielen, da hat er tatsächlich ein Brettspiel reingepackt. Ein 8-Bit-Karten-Duell. Ich weiß gar nicht... Ich muss jetzt zu meiner Scheine geschnitten. Ich weiß nicht, ob du schon das Video oben hattest, in dem du beschreibst, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, 10 plus, gut, das bin ich. 30 bis 45 Minuten ist also eine schnelle Runde. Tatsächlich für zwischendurch, beim Frühstück nebenbei vielleicht. Und für zwei Personen. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet, weil ich das bis jetzt nur in unserem Blog gesehen habe. Aber noch nicht die Beschreibung, wie es funktioniert. Da schnappe ich mir mal meine Freundinnen zu. Oder meinen Arbeitskollegen. Und dann zocken wir das nochmal an. Ich habe nämlich ewig kein Brettspiel mehr gespielt. Vielen Dank, dass du mir mal alte Gebräuche wieder nahelegst, nenne ich es mal. Finde ich eine coole Aktion und ich bin mir ziemlich sicher, dass du eigentlich... Ich glaube, du hast sogar den Preis erwähnt, dass du damit plus Porto eigentlich schon das Budget überschritten hast. Denn wir wollen mal festhalten... Ich habe gerade gesehen, dass da der Preis drauf ist. Also ich weiß jetzt, dass du damit ziemlich sicher das Budget schon überschritten hast. Zusammen mit dem... Wie heißt das? Zusammen mit dem sentimentalen Wert, die alleine diese Box beinhaltet, hast du völlig übertrieben. Aber ich glaube, das geht vielen so, die beim Wichtel mitgemacht haben. Vielen lieben Dank! Die werde ich jetzt gleich in meinen Regalen mit verstauen. Also in meinen... Die seht ihr jetzt hier nicht in meinen... Vielleicht will ich ja mal ein Foto ein... Weiß ich nicht... In meinen WIW-Regalen... Jedenfalls... An dieser Stelle bleibt mir nichts weiter als übrig, als euch da draußen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Einen schönen heiligen Abend, weil ihr vielleicht wahrscheinlich jetzt, wo das Video erscheint... Ähm... Und... Ja... Erholsame Feiertage... Und solltet ihr das, wie gesagt, noch am heiligen Abend sehen, dann macht euch einen schönen Abend mit euren Lieben... Und vielleicht mal mit einem Brettspiel... Ne... Bambi-Doo mit Pixel... Nein... Wie heißt das? Pixel-Tactics... Entschuldigung... Und ich bin raus, bedanke mich für eure... Pfff... Nee, Moment! Gut, dass ich mich schon wieder versprochen habe, wie immer. In der Videobeschreibung findet ihr ja sämtliche Teilnehmer mit den Kanälen, die bei diesem YouTube-Wichtel mitgemacht haben. Ihr seht... Kriegt euch direkt den Link zu dem Video, den ich bewichtelt habe. Nämlich den guten Weidemann. Und... Schaut einfach mal rein, wer hier wen beschenkt hat, was es so Schönes gab. Und vor allem, checkt mal... Checkt mal die Community aus. Vielleicht entdeckt ihr dann auch ein paar Kanäle für euch, die euch auch gefallen. Ja... Und ansonsten, wie gesagt, frohe Feiertage, einen schönen heiligen Abend, wenn ihr es am selben noch seht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel zu viel gelabert. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!